Hallo und willkommen zu vielblauem Nichts Nummer 59 inzwischen. Wie immer nehme ich es an einem Freitag auf und ihr hört es an einem Samstag oder danach. Schwer einzuschätzen, wobei natürlich YouTube mehr User-Daten, was heißt User-Daten, Usage-Daten eher, also Zuhörzeiten und Dingsens gibt, aber die sind ja auch nur begrenzt detailliert. Genau, wie auch immer, hier das Übliche also, damit es auch nächste Woche wieder kraftvoll zugehört werden kann, brauche ich natürlich weiteres Material, Fragen, Themen, Anstichpunkte, irgendwas. An entweder per E-Mail an bla mit h at kernspieler.de oder bei YouTube in die Kommentare. Ja, wie immer halt. Bin heute ein bisschen früher dran als sonst, aber nach der Deadline, achso Deadline, wie üblich, wenn es geht, bitte bis Freitag 18 Uhr spätestens, damit wir auch das nochmal abgedeckt haben. Bin ein bisschen früher dran, damit ich heute früher fertig wäre, weil ich habe noch ein bisschen was zu tun und ich möchte ein paar Sachen anschauen und oder spielen. Und das ist so schwierig, wenn wir arbeiten und Freizeit und ach, so wenig Zeit, so viele Spiele. Immerhin habe ich vergangenes Wochenende dann den zweiten Teil von Chilling Adventures of Sabrina geschafft. Ich kann nur sagen, ich fand ihn wieder sehr gut. Ich finde den ersten ein bisschen besser, weil da der Konflikt zwischen der normalen Welt und der Hexenwelt quasi mehr im Zentrum stand. Jetzt ist alles ein bisschen mehr in die Hexenwelt und die Stakes werden immer höher. Herrgott, was ich meine, also der Einsatz wird immer höher und war schon, ja, war gut. Also auf jeden Fall, mal gucken, was in der richtigen zweiten Staffel war. Weil ja der zweite Teil der ersten Staffel, die zweite Staffel ist ja auch schon fix, hat ein paar weniger Folgen, glaube ich. Aber jede Folge dauert hier fast eine Stunde. Meistens, das ist also eh schon mehr wie anderswo. Ja, also ich fand es sehr gut, mir hat es gefallen. Außerdem habe ich jetzt gelesen, Lucifer hat jetzt einen Termin, ich glaube Anfang Mai rum. Und kurioserweise tatsächlich doch in Deutschland auf Amazon, obwohl es ja eigentlich jetzt eine Netflix-Serie ist. Aber zumindest in Deutschland, wer weiß, in England wahrscheinlich, ich mutmaßlich auch, nachdem da auch Lucifer auf Amazon läuft, sind halt die alten Rechte irgendwie mit übergegangen, scheinbar. Also das ist ein bisschen kurios, aber soll egal sein. Wir kriegen es also einen Tag später erst, aber dafür halt auch alle Folgen gleich. Und ich freue mich total drauf, Lucifer war so gut. Ha, bin mal sehr gespannt. Egal, also gehen wir zu den Sachen. Ich fange mit YouTube an diesmal und mache die One-Liner von Aldi, der zuerst aufgeschlagen ist. Der meint hier, Ulrich sagt, nein, ich sammle keine Figuren. Zehn Sekunden später, Ulrich zählt alle Figuren auf, die er gesammelt hat. Naja, also sind Figuren, die ich besitze. Sammeln ist für mich schon was anderes, wie fünf oder acht Figuren zu haben. Und Amiibos, ein paar Amiibos ist auch nicht gesammelt. So müsste ich schon mehr haben. Aber ja, natürlich, ich habe ja nicht gesagt, ich habe gar nichts, aber halt... Hey, Moment, wieso steht mein Rabbit jetzt plötzlich an einer anderen Stelle? Wie kann das denn sein? Warum denn? Da sieht man sich nicht so gut. Meine Rabbit Peach muss ich wieder umarrangieren. Hat hier irgendjemand rumgeräumt auf meinem Platz? Sauerei. Ja, also halt ein paar Figuren, aber es ist ja kein Sammeln. Sammeln heißt, wenn man es signifikante Menge hat. Die kann man jetzt natürlich definieren, wie man will, aber fünf, sechs, sieben, acht sind es noch nicht aus meiner Sicht. Aber egal. Apropos DOA, meint er dann noch, wir reden hier jetzt mal zur Abwechslung nicht von Extreme, erstaunlicherweise. Er hat sich jetzt mal die Gratis-Vision von DOA 6 auf seine Xbox geladen und er ist überrascht, wie viel Content da noch drin steckt. Eigentlich fehlt nur der Arcade-Mode. Sogar im Quest-Mode kann man mit allen Charakteren spielen. Online hat er sich noch nicht getraut. Er stübte noch ein bisschen mit Diego. Wie war das? Bei Core Fighters, wie das Ding so schön heißt, gibt es, glaube ich, vier Kämpfer. Den Quest-Mode, da kann man die anderen dann wohl auch spielen. Ja, oder? Ja, eben. Genau. Aber es fehlt der Arcade-Modus, bist du sicher? Also der Story-Modus fehlt. Den habe ich nicht gesehen, der kostet extra. Arcade-Modus auch? Nee, oder? Also ist ja auch wurscht. Jedenfalls, ja, zum Ausprobieren ist es auf jeden Fall sehr viel Inhalt. Da brauchen wir nicht rumtun. Das ist auch gut so. Aber ich meine, Diego. Ich glaube, Hitomi ist noch dabei. Aber die guten Leute halt, die sind schon andere Mädels. Ja, aber es ist schon wahr. Was auch übrigens auch noch sehr spannend ist bei DOA 6, sei es Core Fighters oder nicht, die Outfits. Tekken Mokoi hat es doch tatsächlich fertiggebracht, auf der PlayStation 4 im Westen die Outfits nicht einzeln zu verkaufen, sondern nur entweder im Season Pass, der natürlich absurd ist, oder als Komplettsätze. Und das gibt es ja bis dato gibt es, weil ich weiß, die zwei Hochzeits-Outfits-Sätze, also zwei Kompletts, zwei Pakete, damit jeder einen Frack oder halt ein Hochzeitskleid hat. Ähm, und warum genau, weiß man nicht. So, Koi sagt bloß, das ist halt so. Ähm, auf der Xbox kann man sie einzeln kaufen. Und in Japan und Hongkong kann man sie auch einzeln kaufen, aber nicht im Westen. Das könnte man sagen, oh, Sony mit ihrer bösen, bösen, ähm, alles Zensierscheiße, die da rumrennt. Also, ich habe ja heute auch jetzt wieder ein Spiel, wo in diesem Spiel sind zwei modifizierte, äh, Grafik, CGs, also Computer Graphic, also Bilder. Ähm, nee, ja, könnte sein, glaube ich aber nicht, weil erstens mal gilt es ja bei Sony dann weltweit auch diese ganze Geschichte. Warum ging es also in Japan? Zum einen das, und zum anderen, ähm, es macht keinen Sinn, weil zu jedem beliebigen anderen Tekken Mokoi-Spiel oder von Idea Factory oder NES, was auch immer, gibt es immer Millionen einzelne Outfits zu kaufen. Selbst zu sehen bei Kagura natürlich. Und da, glaube ich, die sind schon ein bisschen noch ein anderes Kaliber wie irgendwelche D.O.A. Outfits. Äh, und da sind auch oft genug Bikini-Outfits. Bei jedem, bei jedem zweiten Rollenspiel, ah, Bikini-Outfits für die Heldinnen. Also, daran kann es eigentlich nicht liegen, was sich da Tekken Mokoi denkt. Ich, man kapiert es nicht, weil man müsste ja schätzen, dass die glauben, sie verkaufen, da doch mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der nur ein oder zwei Outfits will, 20 Euro hinlegt, damit er die anderen dann alle wegschmeißt. Aber 2 Euro für ein einzelnes Outfit, das ist sehr viel eher. Da könnte ich theoretisch auch mal schwach werden. Vielleicht habe ich es noch nie geschafft, glaube ich, in meinem Leben. Aber für 2 Euro, wer weiß. Ähm, aber nicht für 20. Bloß damit meine Honoka dann irgendwas anher haben könnte. Ne. Also, es ist wirklich sehr merkwürdig, aber es ist halt so. Naja, egal. Gut, ähm, weiter geht's. Gute Dominik hat den ganzen Schwung. Äh, auch hier schon mal Vorabwarnung. Wrestling-Content wird vorkommen. Letzte Wochenende war Wrestlemania. Und TakeOver. Es gibt den schönen TakeOver-Review-Podcast mit mir und Olaf. Den kann man sich super anhören. Äh, Headlock. Wäre es halt bei mir in der Playlist. Bei Kernspieler, klar. Filmen wir schon. Ähm, jedenfalls hier. Gut, also, Dominik meint, NXT TakeOver war wieder top und unterhaltsam. Er ist aber nicht so ausgedacht wie viele von wegen bestes Event ever. Entschuldigung. Ähm, ja, stimme ich dir zu. Wir fanden es auch echt toll. Und es hat er auch keine. Es waren wirklich fünf Matches, die alle sehr, sehr gut waren. Aber der, ich weiß nicht, der aller, allerletzte Wumms hat gefehlt. Auch selbst, äh, Johnny Gargano gewinnt, was ja eigentlich cool ist. Ein Highlight. Weil, irgendwie, auf dem Niveau war es nicht, äh, wie soll ich sagen, extrem geil, sondern nur sehr geil. Schwär zu sagen. Aber, ja, also, ich hatte schon Takeovers. Das habe ich auch bei Headlock gesagt, glaube ich, wo ich dann hinten rausgegangen bin und irgendwie noch, noch mehr gehypt war. Aber es war trotzdem toll. Kann man sich immer super anschauen. Warum sage ich zu China immer China? Für ihn ist es fremd. Er ist nicht aus Bayern. Also, es heißt dann ja wohl China, meinst du, oder Chin, äh, weiß ich nicht. Ich bin halt, man spricht halt so. Aber ich, also, ich würde es nicht auf den bayerischen Dialekt schieben. Das wüsste ich, müsste man, ich könnte ehrlich nicht sagen, ob das, also, wir haben ja viele, äh, eigentlich viel so, sch und, sch und, umf in der Sprache. Hasch, tusch, machsch und so weiter. Aber das ist mehr so der Augsburger Bereich, eben auch Augsburg, ne, um den, wo ich ja wohne, äh, das ist jetzt nicht, Bayern hat ja viele Dialekte, wenn man so will. Wir haben ja die, die Oberbayern, die halt so klingen wie, wie Lederhosen-Trampel und dann haben wir die Franken, die klingen wie, wie seltsame Monster. Ähm, und dann gibt es noch die einigermaßen normalen, so wie uns. Ähm, nee, äh, ich weiß nicht. Also, ich habe auch, irgendwelche Sprachnazis, äh, kommen mir auch immer blöd, dass ich ab und zu Worte ungewohnt betone. Das ist mir aber egal. Ähm, mein Job ist ja nicht Radiosprecher, sondern Zeug zu schreiben und da hört man ja nichts, da liest man ja nur. Egal, ähm, was wollte ich sagen? Nee, also, ich habe keine Ahnung, ist halt so. Oh, irgendwie, vielleicht liegt es in meiner Familie, keine Ahnung, aber, hm, also so bespricht es sich leichter. Ein hartes Kai ist halt einfach doch leichter zu sagen wie ein Chirurg. Wobei Chirurg, sagen wir, glaube ich, ja, sondern Chirurg, ja, aber kann sein, keine Ahnung, fragen wir nicht. Wie fand ich WrestleMania 35 insgesamt? Äh, besser als die letzten paar, aber viel zu lang natürlich. Ähm, Triple H-Match war halt auch wieder kein Highlight, aber auch da gab es schon Schlimmeres. Ähm, und das Problem, also ich fand gut, der Anfang war gut, äh, der Titelwechsel gleich mit Brock, der war schön, gleich am Anfang weg mit ihm. Ähm, Kofi-Sieg war natürlich viel gut, Story schlechthin. Die Battle Royales waren ein bisschen schwach. Ähm, der arme Ali fliegt ja auf, auf die Schnauze. Äh, ich fand es ja lustig, wen hat, äh, äh, Karsten Schäfer hat es ordentlich bekommen, der, dem ist ja gleich zweimal Seth Rollins draufgeworfen worden. Das war eigentlich ganz witzig. Ich hab mir auch gedacht, wieso, da hockt ja der am Boden. Ähm, na, das Main Event war irgendwie schade, da habe ich mir mehr versprochen. Ich meine, dass, dass der Mann gewinnt, war natürlich super, aber die Art und Weise vom Pin, wo sich die Gelehrten heute noch standen, war es ein Botch oder nicht, das ist natürlich doof. Also da hätte ich mir schon, ähm, besseres, weniger abruptes Ende gewünscht. Und vor allem habe ich mich doch gewundert, warum sie hinten nach gleich so schnell rausgingen. Leute, ihr wart da schon siebeneinhalb Stunden on air, dann ist es auch schon wurscht, ob man noch zwei Minuten lang die Superheldin feiern sieht. Das hätte dem Ganzen ein bisschen, finde ich, einen runderen Geschmack geben. Bei Takeover ging es ja auch, dass man hinten raus, äh, gut, da gab es die große Versöhnung zugegeben, äh, dass man da nicht gleich rausgeht und dann mit dem ominösen Copyright-Schild wieder was passiert und aber, aber ja. Naja. Was halte ich von Elektrofahrzeugen wie Autofahrrad, Roller? Ähm, pfff. Also ich würde sagen, hm, ich weiß nicht, nicht viel, ehrlich gesagt, nicht. Äh, also wenn mir jemand ein Elektroauto schenken würde und dann würde ich es dann schon nehmen, denke ich, weil ich fahre ja auch überwiegend Kurzstrecke, da ist das ja alles so ein nettes Problem. Ähm, Elektrofahrräder finde ich komisch, dann sollen wir doch gleich einen Roller nehmen, irgendwas anders nehmen, denke ich. Also Fahrrad definiert sich für mich, dass man da mit Körperkraft fährt. Das ist ein Fahrrad, sonst ist es ein Motorrad, da wo man nicht mit Körperkraft fährt. Aber gut, oder halt ein Roller oder halt ein Mofa oder was auch immer. Ja, Mofa heißt doch Motor, Motorfahrrad, oder? Eben, also, ähm, ja, und Autos. Ne, ich bin kein Fan, eigentlich ist mir wurscht, wo ich gar kein, beim, beim, beim Sport, sag ich mal, also wenn ich die Formel E anschaue, das, das hat halt einfach keinen, da bin ich schon auch, so sehr ich Vettel, der ja hier gerade im Fernsehen sehe, kein Fan von, vom Vettel bin, weil ich ihn nicht sehr sympathisch finde. Insofern hat er ausnahmsweise recht, dass, äh, E-Sport einfach irgendwie, E-Sport, haha, Elektro-Sport, äh, Rennen einfach, da fehlt ein bisschen das Flair. Das fühlt sich an, als ob da Spielzeugautos rumfahren, so bzzz. Ja, aber, naja, also im realen Betrieb sind sie vielleicht ganz cool, aber auch natürlich praktisch, wo, wo könnte ich überhaupt tanken damit? Ich weiß gar nicht, aber sind so Sachen. Bin ich schon mal vom Fünf-Meter-Turm gesprungen? Ja, früher, als ich noch, äh, ab und zu mal mich körperlich betätigt habe, ja, ja, fünf, also fünf, in meiner näheren Umgebung, ich wüsste auch gar nicht, wo es was Höheres als ein Fünf-Meter-Turm gibt, aber Fünf-Meter-Turm in diversen Freibädern bin ich schon mal runtergehüpft, immer natürlich nur so als Kerze. Man will ja nichts riskieren und keinen Bauchplatz ersetzen, das wäre, glaube ich, aus der Höhe nicht sehr angenehm. Habe ich getan, ja, das, aber, nein, mehr spektakuläre Geschichten kann ich dazu nicht erzählen. Bin ich handwerklich begabt und habe ich Spaß daran? Nein, äh, weder noch. Äh, ich bin nicht handwerklich begabt, kein bisschen. Eigentlich, äh, musste ja auch zum Glück meinem Leben wenig handwerken und Spaß macht's dem entsprechend auch nicht viel. Wenn man was nicht kann, macht's halt auch nicht Spaß. Ähm, und ich bin auch natürlich tendenziell faul. Ich habe jetzt die Tage mich stundenlang mit Papp-Figürchen, Falten, Papp-Modellen beschäftigt, also Labo. Das hat schon Spaß gemacht, aber es ist halt auch so simpel, da kam wirklich der letzte Def-Cans, also kann ich's auch. Das war ganz nett. Ja, aber an sich richtig handwerken, nee, danke. Äh, da hocke ich lieber faul auf der Couch und taue in die Glotze oder so. Gehe ich zum ERV-Konzert? Er findet sie klasse und geht nächsten Monat hin. Ähm, habe ich, glaube ich, sogar erwähnt, oder? Ich muss endlich noch Karten kaufen. Also, ich hab's schon vor. Ich muss mich jetzt persönlich mal aufraffen, endlich die Karten zu kaufen. Ich hab so ein, so ein Gräuel gegen Eventim mit der Abzocke, weil ich kann sie nicht ausdrucken. Ich muss sie also schicken lassen, weil es tolle Fankarten sind. Die Fankarten sind mir scheißegal. Ich mein, das kann sich ja jeder Karten schicken lassen, die bedruckt sind mit Motiv, wenn er will. Ich hätt's lieber gern zum Ausdrucken und dafür keine 5 Euro fucking Versandkosten. Ähm, aber gut, nee, hab ich schon vor. Wie gesagt, ich könnte's von meinem Dachfenster aus auch quasi mithören, so nah, wie das hier zu meiner Wohnung ist in Mehring. Aber wenn sie schon vor Ort sind, dann sollte ich's nicht auslassen. Das muss ich jetzt endlich mal machen. Doch, hab ich vor. Haben meine Eltern Hobbys, wo ich mitgezogen werde, wurde, so Bowling, Angeln, Golfen und so weiter? Nee, eigentlich gar nicht. Meine Eltern haben, äh, wie soll ich sagen, eigentlich gar keine Hobbys. Äh, Gartenarbeit vielleicht ein bisschen, und da lass ich mich ganz sicher nicht mitziehen. Ähm, nee. Nee, das, ja, kann ich nicht viel mehr zu sagen. Es ist halt einfach so, ne? Das Neo-Germini ist toll, meint der Dominik. Er konnte es günstiger werben, es macht Spaß. Viele Titel kannte er nicht und so mit neuen Sachen zu entdecken und Metal Slug ist wirklich zeitlos und hübsch anzusehen. Äh, also ich hoffe schwer, dass du Metal Slug vorher schon kanntest, weil wenn man irgendwas vom Neo Geo kennen sollte, in jedem einer Million Plügel spielen, dann wär's natürlich Metal Slug. Und es gibt's ja auch in, für fast jede Konsole in irgendeiner Form. Äh, sei es als ACA Neo Geo, als richtige Sammlung, als sonst irgendwas. Aber das ist, ja, das ist eigentlich, das ist wirklich sau hübsch immer noch. Das stimmt einfach. Neo Geo Mini, ich mein, ich find's ganz nett. Äh, ich find das Display ist ein netter Gag, der, aber sonst ist das Teil halt nicht so ganz ausgedacht. Also was mich immer sehr, sehr ärgert, ist solche Mini-Konsolen, die man im Fernseher anstecken kann und die dann aber nur mit Zwangsgrafik filtern. Und da gibt's, zum Glück sind die meisten anderen ja nicht so. Das Neo Geo Mini aber schon, da wird hochskaliert und dann irgendein Weichzeichner-Filter drüber, damit's eben nicht so grobschlechtig aussieht. Aber ich will grobschlechtig, ich will echte Pixelkanten haben. Schade für Pixelkanten. Und dann bitte, wenn's geht, optional Scanlines zum Zuschalten, weil die ja damals einfach so waren. Aber das hat das Neo Geo Mini halt nicht. Außerdem war natürlich ärgerlich, dass sie ein paar Monate später das Weihnachtsgerät verkaufen mit noch mehr Spielen. Äh, das war schon auch eigentlich eine Frechheit. Aber, ne, ich hab auch eins und find's auch gut. Wobei auch natürlich schon die Frage ist, warum verkauft man einen Controller dazu, was eigentlich gut ist, der dann eine analoge Steuerung hat. Analoge Steuerung, Steuerung. Ähm, was total sinnfrei ist, weil halt ein Neo Geo, die Knüppel sind halt digital. Acht-Richtungs-Knüppel, wenn ich's richtig im Kopf hab. Warum gibt's da einen Analog-Stick? War wahrscheinlich einfacher zu machen, aber, ne, aber ist ein hübsches Gerät und dann, ja. Er freut sich sehr auf die Castlevania-Klassik-Sammlung. Scheint auch das Beste mit dabei zu sein. Ronde of Blood und Bloodlines sind Pflicht. Der zweite Gameportage ist auch großartig. Ähm, ich hab Castlevania tatsächlich die ganzen klassischen alle nie wirklich gespielt. Ich hab halt, mein erstes, das ich gespielt hab, war Symphony of the Night. Als Praktikant damals, einmal durchgespielt und eine Karte gebastelt. und die diversen anderen Metroidvania-Castlevanias, die halt hinten nachgekommen sind, die hab ich mal mehr, mal weniger gespielt. Ähm, ich glaub, auf dem Gameboy hab ich zumindest zwei, dieses Doppelmodul, wo es mal gab. Auf dem, Entschuldigung, auf dem GBA. Aber, sonst, hm, hm, hab ich nicht so die große Erfahrung mit. Und die alten sind halt auch optisch nicht so meins. Also, grad die 8-Bit und, ja gut, Gameboy ist Gameboy, das sieht schon ganz cool aus, aber, hm, also es ist weniger, also auch die Contra-Sammlung ist jetzt ähnlicher Fall. Contra an sich ist nicht anzusehen, aber es macht mich nicht so an zum Spielen. Da ist die, die normalen Arcade-Classics, die nächste Woche schon kommen, die haben, naja, wobei auch, das ist ja auch komische Mischung, viel Gradius und Salamander und Scramble, Scramble ist cool und dann zwei, drei andere. Also, ergibt eigentlich gar keine Logik, was der Konami macht. Aber, ist schön, dass es irgendwas überhaupt kommt, warum auch nicht. Was halte ich von GameStop? Äh, he, ja, GameStop ist eine Apotheke, wie es so schön heißt. Es gibt ja gefühlt überall GameStops, oft in Deutschland inzwischen. In Augsburg gibt es auch keinen anderen Laden, außer ein GameStop mehr. Mei, ähm, ich finde beim GameStop regulär neue Ware kaufen, gibt keinen Grund und so, die Preise sind natürlich auch auf Frechheit, stellenweise natürlich. Ähm, die Aktionen sind halt teilweise ganz cool. Es gibt ein paar Leute, haben, die in meinem Umfeld haben sich ihre Playstation geupgradet über diese Eintauschaktion. Äh, die 99 Aktion ist gar nicht schlecht, wenn man Spiele loswerden will und kann. Dann, die, die sind okay. Solche Aktionen sind schon okay. Ich habe auch tatsächlich zugegeben, bei den Gebrauchsspielen, die ja kurioserweise eigentlich viel zu teuer sind, normalerweise gibt es ab und zu mal schon so Exoten und Schnäppchen, die man finden kann. Ich habe mal ein Omega Quintett vor nicht allzu langer Zeit für 25 Euro mitgenommen. Das könnte man sagen, was, so ein komisches japanisches, krudes Exoten-Gedöns. 25 Euro, so viel, ja, nur, das kriegt man anderweitig kaum. Und wenn auf Ebay, da sind die Preise höher. Also, ja, also ich habe kein, bin kein Fan von GameStop, auch diese ganzen Versicherungs- und Garantiendeal und Scheiß und Blödsinn, aber, mei, ich sage mal so, was tut es mir weh, dass es den gibt. Ja gut, die exklusiven Sachen sind nochmal eine Sache, aber exklusive Sachen gab es anderweitig auch schon immer irgendwo. Also, unterm Strich ist mir es doch lieber, es gibt ihn überhaupt, wie es gibt ihn gar nicht. Aber für mich ist es halt eben nur so punktuell interessant, da mich hinein zu begeben. Ja. So, und dann, gut, dann haben wir ja noch den guten Space Rescue. Der hat, oh, stimmt, der hat sich, der hat beim Kommentieren nochmal den Kommentar verlängert, seit die E-Mail kam, deswegen kenne ich den Details nicht. Ha, spannend. Er meint, Servus, falls sich jemand durch das Blamut hier motiviert fühlt, DOA Extreme 3 Scarlet ebenfalls zu testen, und etwas Geld sparen möchte, meint er, es gibt die Version für die PS4 aktuell bei Amazon Japan für um die 50 Euro, inklusive Versand und Zoll. Das ist echt wenig. die Switch-Version wahrscheinlich nicht, dann hättest du es wohl beide geschrieben. Warum auch immer. Also gut, kannst du mir vorstellen, weil keiner auf der PS4 das Ding braucht, außer er will unbedingt gleich fangen und Misaki, und der Rest ist ja, dann ist es ja zensierter, wie das vorige und alles. Hm, das ist echt günstig. Und vor allem auch hier nochmal der Hinweis, falls jemand die Idee hat, das Ding ist, hat englische Texte, also man kann es kaufen und verstehen. Ja, die Collector's Edition gibt es ebenfalls noch für die PS4. Im Vergleich war die Switch-Collector's bei Yab in Amazon sehr schnell abverkauft. Hm, erstaunlich eigentlich. Die Collector's Edition, ist das jetzt mit den Busenmauspads, oder nur eins? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, nur die Misaki ist drin, oder? Täusche mich da. Irgendwas war... Ich habe doch ein Unboxing-Video irgendwo gesehen. Ähm, die Verkaufsahlen scheinen ja auch nicht so toll zu sein auf der PS4. Ja, aber nicht auf der Switch auch nicht viel besser, weil, mei, es ist halt ein drei Jahre altes Spiel mit sehr überschaubarem Publikumskreis, kann man glaube ich so sagen. Brauchen wir uns nicht wundern. Ich bin mal gespannt, ob sie mal noch wirklich einen neuen DLC bringen, weil jetzt auf Switch werden ja die ganzen Owner-Suits durchgerotiert im Wochenabstand damals, wie es neu war auf der PS4, waren es zweiwöchig. Aber, naja, mal schauen. Ich kann nur sagen, meinem Kanal hat es nicht geschadet bis dato. Ähm, ja. So, Tecmo hätte wohl besser angetan, einen großen DLC für Fortune anzubieten, statt die Scarlet-Version. Ist ja auch angekündigt eigentlich. Stand ja auch immer dran, die zwei neuen Charaktere, und demnach wohl auch ihre zusammen dazugehörigen Swimsuits, die soll es noch, die gibt es für Fortune auch noch. Die kommen, also ich, die müssen eigentlich noch kommen. Ich würde mich sehr wundern, wie nicht. Dann spannend ist natürlich die Frage, ob es dann, äh, die ganzen Sachen gehen, die bei Scarlet nicht gehen. Also eben die, die Fans und die, oder ob sie es wegpatchen. Das wäre natürlich eine Sauerei. Glaube ich aber auch nicht. Ich denke, das geht dann alles. Dann kann man natürlich Mizaki und Leifang auch in die Venus-Outfits stecken. Ja, nicht in die Venus, in die Fortune-Outfits stecken. Sehr schön. Würde ich, würde ich machen. Kein Thema. Äh, aber der Scarlet gibt es dann vielleicht nicht. Aber der ist, der ist okay, aber eher verzichtbar. ja, also mal schauen, wann und wie ist da was passiert. Ja. Noch eine Frage zu DOE6. Gibt es News, ob bei einem Update von dem Spiel etwas geändert wurde in der Berechnung von bereits erspielten Outfit-Punkten? Tatsache, gab es ja die Woche den jüngsten Patch, mit dem jetzt auch die Online-Lobbys existieren. Wobei ich gehört habe, es spielt eh noch kaum, kommt noch jemand online. Ein, wäre natürlich bitter. Nicht, also ich weiß nur, dass sie inzwischen das mal 100 fixiert haben, offenbar. Also ihr kriegt jetzt immer mal 100 an den Kostümmusterteilen. Das ist auch dringend nötig. Also so gesehen kann man auch offline, also man kann es jetzt mit mit vertretbarem Aufwand freispielen. Das ging ja schon, wie ich den ganzen Scheiß gemacht habe. Aber da haben sie ja geändert, stimmt. Die letzte Änderung danach war, dass man primär erstmal Outfits freischaltet von dem Charakter, den man spielt. Das gilt nicht für den Quest-Modus. Da ist immer noch alles zufällig. In den anderen Modi schaltet man frei für den Charakter, den man hat. Und was übrig bleibt, wird dann quasi nicht verfällt, dann jetzt nicht mehr, sondern wird auf andere Kostüme zufällig verteilt. Zuerst aus dem eigenen Charakter hat der alle, dann auf andere. Also so kann man es schon machen. Ich finde, die einfachste Möglichkeit ist immer noch online, sofern man den Gegner findet, weil man einfach schneller mal seine 200, 300 Punkte zusammenkriegt, wie wenn man einmal noch in Arcade-Mode rennen muss. Aber ja, das ist so. So, was fragt ihr hier noch? Dadurch, dass er in den letzten zwei Wochen eher strandmäßig gespielt hat, war er etwas überrascht, dass er in die UA6 gestern beim Stand nach 200 Absent über 70 Informeldungen hatte, dass er für irgendwas Outfit-Punkte bekommen hat. Äh? Wie das? Ich müsste mal wieder starten. Das klingt jetzt komisch. Gut, ich habe aber alle Outfits. Also demnach kann ich auch nicht sagen, ob da was geht. Ich meine, wobei ich mir eine dritte Stunde den Season Pass gekauft habe. Hat das damit auch was zu tun? Nee. Naja, also jedenfalls sehr viele Outfits für die Männchenkämpfer sind nur freigeschaltet zum Kauf mit In-Game-Money. Ja, die Männer haben ja auch bloß fünf oder sechs Stück jeweils, die mit niedrigen Punkte grenzen. Also die hat man sehr viel schneller dann alle. Zum Kauf mit In-Game-Money. Das ist wiederum das Problem, dass teilweise, da braucht man doch relativ viel und das wiederum ist zeitaufwendig jetzt. Aber da kann man ja immerhin aussuchen, was man haben möchte. Die Typen will ja eh keiner haben. Und von den Mädels sind es nur noch einige kurz davor. Also mich wundert, wenn du gar keine von den Mädels sonst hättest, weil die ja auch, da sind schon auch wieder bei mir, mit 100, 200 Punkten funktionieren. Aber ja, das hat ihn etwas überrascht. Also wie gesagt, ich habe es jetzt seit dem einen großen Wochenende nicht mehr wirklich groß gespielt. Aber da war es tatsächlich, aber ich habe das schon so ein bisschen mitbekommen, dass es da Nachrichten quasi in irgendeiner Form gehabt oder quasi nachträglich. Das ist mir jetzt neu. Kann ich halt nicht verifizieren, aber ja, inzwischen geht das alles einigermaßen. So, nette Grüße und ein schönes Wochenende. Danke gleichfalls. Bin übrigens mal gespannt, wann jetzt, müssen die Maishir Nui jetzt mal, oder die gibt es schon, oder? Wann sie jetzt mal weitermachen mit den DLC-Charakteren, wenn sie das so beschaulich machen, dann spielt bald gar keiner mehr, bis die Charaktere verkaufen. Aber naja, ein Problem soll es nicht sein. Was sagt man denn hier? Was war diesen Monat viel geschaut im WWE-Network? Sehr wichtig. Oh, eine Dokumentation über Android-A-Chain. Können wir sicher anschauen. Aber erst im Mai. Oh, Worlds Collide am Sonntag. Cool. Okay, E-Mails. Dann habe ich E-Mails noch welche. und zwar schaue, einer guck, eine E-Mail von Zell. Ich habe leider vergessen, wenn du mir schon eine geschickt hattest, aber ich gucke mal schnell nach. Sender contains. Hat er. Das war eben, oi, lange her, im Juli. Huch. Hat er immerhin, gut, alle halbe Jahr mal, ein bisschen mehr, wieder alles halbe Jahr, dann machen wir doch mal. Hier mal wieder ein paar Fragen an mich. Ich habe mich, habe ich als Freund von Visual Novels eigentlich schon mal 428 Shibuya Scramble angetestet. Er hat das Spiel Anfang des Jahres durchgespielt, fand das wirklich super. Die Live-Action-Sequenzen und Fotos wirken am Anfang noch etwas albern, aber er fand die Geschichte wirklich packend. Ja, habe ich. Ich habe es nämlich getestet. Also ich habe es mit Platin durchgespielt, ich habe es für die Arbeit getestet. Ja. Ein sehr, sehr feines Spiel. Also wirklich sehr feines Spiel, natürlich sehr ungewöhnlich eben durch diese Art. Ich habe es gleich mit dem Bravo-Fotoroman verglichen, von der Ästhetik her, weil ich meine, Live-Action-Sequenzen gibt es ja sehr wenige, bis kurz vor Schluss. Wobei, was ich ja dann spannend fand, war die Side-Stories, ich weiß nicht, ob du die gespielt hast, die es ja noch gibt von, ach, wie hieß sie, die mysteriöse Freundin von den Leuten, lang ist her. Da gibt es ja quasi den dreistündigen Anime-Film, wenn man so will, auch noch. Also schon sehr kurios finde ich die Extras und auch, dass das Ende ein bisschen eigen, also ein ganz tolles Teil. Ne, kenne ich natürlich. Ich glaube, es wird nicht viele, wenn überhaupt, Visual Novels geben, die im West, in Europa, gehen es mal auf Europa ein, aber in Europa, in den letzten zig Jahren für irgendeine Konsole rausgekommen bin, wo ich nicht zumindest kenne oder auch gar richtig gespielt habe. Ich bin mit ein paar Axis, Utomis und Deathmark hänge ich hinten nach, weil ich nicht nachkomme, aber sonst fehlt nicht viel. In dem Zusammenhang, das ist jetzt nicht spezifisch an dich gerichtet, aber grundsätzlich einfach generell, ich ärgere mich immer, wenn mich Leute fragen, habe ich Spiel X gespielt? Oder, die, oder wenn ich in irgendeinem Forum lese, das lassen wir es im alten Forum sein, hey, hat schon mal jemand Spiel X gespielt? Was taugt denn das? Und ich, und ich habe das vorher getestet. Und zwar, dann steht es also, einmal wird es in einem gedruckten Heft verkauft oder man kann online den Test nachlesen und dann wird man gefragt, dann gibt es Fragen, kennt das jemand? Ich meine, in den Foren ist es immer gerne so, wenn es irgendeiner Profi geschrieben hat, dann ist die Meinung ja nicht glaubwürdig. Kennt man ja auch. Auch für den Arsch. Auch wenn ich da eine Zahl drunter schreibe, dann meine ich die ja auch. Basta. Da ist nichts von wegen. Warum andere Leute, die es nicht professionell machen, warum das da deren Meinung dann valide ist, muss ich nicht verstehen. Ist ja auch wurscht. Nee, die finde ich immer ein bisschen eigens, ja, wie sowas immer zustande kommt. Ich meine, wobei, ich überlege gerade, Shibuya gibt es ein bisschen länger, also hast du es nicht gekauft, als es neu war, gell? Gut, dann kann es sein, dass man auch mal einen Test übersieht, natürlich. Aber ja, klar, kenne ich. Und wie gesagt, den anderen Foren, da möchte ich dir lieber sagen, ja, hier so mit einem Link, hier, da ließ halt du Depp, so ungefähr. Aber dann, da, es gibt Orte, wo ich beschlossen habe, da muss ich nichts mehr sagen, weil ich mich nur noch aufregen müsste, sonst die ganze Zeit. na, egal. Letztes Wochenende gab es ja sehr viel Wrestling und der, was, der weiß, was es angeht, dann bin ich ja immer sehr ausgelastet, ja, aber würde mir mal, direkt mal empfehlen, bei Stardom reinzuschauen. Für einen Fan des Frauenwrestlings ist die Promotion eigentlich ein Muss, ich meine, namentlich ist immer ein Begriff. Io Shirai und Kairi Hojo, respektive Zane, Zane, halt Zane natürlich, warum auch immer, kommen der Ursprung von Stardom, aber wo die herkommen, gibt es doch viel mehr, wie zum Beispiel Mayu Iwatani, die auch bei dieser Ring of Honor Show auftrat am Wochenende, habe ich halt nicht gesehen, oder Momo Watanabe und viele andere, also japanische Wrestlerinnen, die ja auch viel können, wie man ja auch gesehen hat. Ich habe ja die, äh, beim letzten May Young Classic, die alte Legende, der Name mir entfallen ist, natürlich, die war sehr beeindruckend und die mit den, mit den lustigen, kruschligen Haaren, die war auch cool, ja. Besonders in Multitec-Team-Matches wrestlen die einen sehr schnellen, dynamischen Stil, der mir, wie ihr glaubt, mir gut gefallen würde, glaube ich auch. Dynamisch und schnell ist immer gut, Multitec-Matches, Taugungsversorgung ist. Und es gibt auf deren Videoportal auch englische Untertitel für Interviews und Post-Match-Ansprachen. Sehr zu empfehlen. Ja, glaube ich, kannst du mir noch mitteilen, ob es Geld kostet, dann scheitert es danach. Schau mal. Ja, wie gesagt, es gibt so viel, was ich gerne mal schauen würde, aber ich komme ja mit den normalen Sachen schon einfach nicht nach. Aber, habe ich mir auch immer gedacht, eine reine Frauen-Promotion, die jetzt nicht Glow ist. Glow habe ich, wie ich jung war, tatsächlich ein paar Mal gesehen. Also nicht nur als Netflix-Serie, sondern damals echt, war schon sehr eigen. Das auf jeden Fall. Aber eine moderne Frauen-Promotion, warum auch nicht? Klar, es gibt doch noch eine. Schimmer heißt die, oder? Genau. Schimmer sind aber, das sind Amis, glaube ich, oder? Heute bin ich aber echt gut am Husten. Habe ich mal die Atelierspiele angespielt. Aus einer Laune daraus hat es sich vor ein, zwei Jahren mal eins günstig gekauft, fand es überraschend gut. Die Kombinationen des sehr klassischen Japan-Rollenspiels kamst du zu sehen im Sammeln von neuen Materialien, aus denen man sich dann über Alchemie was herstellt. Neues macht es süchtig. Und unter der zuckersüßen Anime-Optik verstecken sich auch durchaus komplexe Spielmechaniken. Passend dazu, dieses alte GIF, das alte GIF aus dem Neokarf. Oh Gott, das Neokarf gibt es immer noch. Okay. Ach, die haben mal den Dead or Alive Extreme-Thread gelöscht, die Schweine im Neokarf. Das hat mich sehr geärgert, weil da waren viele interessante Infos drin. So, dann schauen wir mal. Ich versuche ja gerade, dieses GIF aufzumachen. Ich nehme an, das, äh, ja, what I, reden wir von, ach Gott, ich brauche mal ein neues, iPads, legt mich auf langsam. What I played, what I expected, what I got. Das ist ganz witzig, so, also, hier Atelier, und dann niedliche Sachen denken, und dann eigentlich ist es viel komplexer und cooler. Profit, ach, Adrian Pasta ist eine coole Sau. Ähm, ja, ähm, nee, habe ich tatsächlich nicht wirklich. Ich habe just jetzt natürlich der Zufall, Nelke und, äh, Dingsons Alchemists ausprobiert mal. Das ist aber ja kein richtiges Atelier. Das ist ja eine andere Art. Das ist ja mehr Aufbausimulation, wenn man so will. Ähm, ich finde es konzeptionell, ich habe nichts gegen solche Sachen, aber es ist, äh, alleine weil es so viele gibt. In ein paar Wochen kommt es für das Atelier Lulua, glaube ich, oder wie gesagt. Äh, äh, nicht so unbedingt meins. Außerdem die Gastspiele, die neigen dann doch dazu, ein bisschen zu, ähm, technisch unsexy, sag ich jetzt mal ein bisschen. Also wenn ich das Nelke anschaue, mäh, da braucht man sich dann über die, äh, Compile-Hard-Sachen nimmer beschweren. Die wirken irgendwie runder für mich, wenn ich mal ehrlich bin. Ich habe ja Death and Request tatsächlich durchgespielt, äh, und daneben dachte mir, Omega Quintet, aber das ist das Kampfsystem, so cool, ähm, so, so Crafting, oder Sachen braun und so weiter, da, ich finde es konzeptionell auch gut, das muss aber wenig anstrengend sein, damit ich mich in den Ärger, so ein Minecraft ist mir zu anstrengend, die, die Herstellung von Hilfsmitteln, wo man 15 Millionen Zutaten und das und das, also wenn es einfach und gut gemacht ist, gerne, aber, muss zugeben, also Atelier bin ich jetzt nicht so firm drin, ähm, ich wüsste auch gar nicht, wo ich anfangen wollte, auch Details-Spiele, das ist das Gleiche, gibt es ja so viele, die ja wohl auch schwankend sind, aber interessant wären sie durchaus, aber auch hier wieder, wann und wie, also, ich hätte jetzt Caligula-Syndrom, wollte ich mal die Tage mal anschauen, irgendwann, wenn ich mal dazukomme, und habe noch ein paar andere japanische Sachen, die, äh, Sanky Zero zum Beispiel, äh, ja gut, das ist ein Dungeon-Crawler, wieder noch eine andere Baustelle, ja, Sanky Zero möchte ich noch weiterspielen, da habe ich mir das Demo gegeben, war sehr cool, aber das ist, überschreitet eigentlich meine Komplexitätsschwelle, was man, um was man sich da alles kümmern muss, aber es ist trotzdem sehr gut, ähm, ja, gut, dann, dann wünsche ich dir ein frohes Wochenende und viel Spaß beim Urlaub am Stand, ja, danke, ich bin momentan ein bisschen ausgehört, powert urlaubstechnisch, aber, immer wieder mal, kann man schon mal, gut, und dann haben wir natürlich jetzt noch, also, heute sind wir doch relativ kurz, überrascht mich jetzt ehrlich gesagt, da war doch eigentlich recht viel Material, aber, vielleicht bin ich bloß zu schnell, ich habe ja, ich könnte ja auch langsamer reden, dann würde das Ganze ein bisschen länger dauern, aber es ist mir zu anstrengend, deswegen mache ich es nicht, ähm, gut, also, der gute Tokio natürlich, yay, wollen wir mal, ähm, haben wir ja noch viel, der, ja, der deutsche Alltag hat ihn fast wieder, zum Glück hat er noch eine Woche Urlaub, das wird dann diese Woche sein, und kann sich noch ein wenig zurücklehnen, und mich, um ihn sich um Sachen wie Haushalt kümmern, und versuchen, diverse Spiele, Filme, Serien, Stapel, ein wenig abzubauen, das sage ich mir auch immer, und dann klappt es immer, meistens nicht, um die Frage zu beantworten, wo man in China türkisch essen geht, da seine Bekannte dort, naturgemäß eher nur chinesische Küche kennt, dachte er sich, zeigt er mal, was man unter anderem in Deutschland so essen, deutsche Küche gab es schon beim ersten Mal, also 2006, 2016, im Paulana Restaurant, gab es Paulana Restaurant, ja gut, eigentlich, warum auch nicht, aber in China, wiederum, kurios eigentlich, würde ich jetzt eher nach Amerika verorten, so, eine Anführungszeichen, exotische Lokalitäten, aber egal, ja gut, Argument, akzeptiert, kann ich nachvollziehen, aber, ja, ist halt ein Gefallen für die Einheimischen, sozusagen, wie gesagt, ihr Fall war es nicht, wir waren, sie waren dann auch beim italienischen Essen, das war dann mehr was für sie, auch, wenn das Tiramisu viel zu süß war, Tiramisu ist ja auch pappsüß, also ich mag Tiramisu, aber es ist tatsächlich sehr süß, da kann man, sollte man nicht zu viel auf einmal essen, deswegen muss ich kurz was, trinken, Röbschen auch, gut, ein Tag waren sie in einem Tierpark, welcher gefühlt so groß ist, wie seine Heimatstadt, klingt groß, so groß wie Bochum, auch wenn man Tierparks und Zoos vorwerfen kann, nicht der natürliche Ort für Tiere zu sein, ja, und einige Tiere wirklich schlecht gehalten werden, ja, ist so, stimmt natürlich, aber, hm, da bin ich auch semi-schmerzfrei, weil ich schon seit ewig nicht mehr in einem Zoo war, also ich unterstütze es zumindest auch nicht aktiv, ähm, denkt er sich, war dieser schon eher vorbildlich, die Tiere hatten wirklich eine Menge Platz und wirkten auch nicht so verstölt, wie man es oft bei hin und her laufenden Tigern zum Beispiel sieht, äh, okay, ja, klingt nicht uncool, aber dann kann man das immer gar nicht sehen, weil sie weit weg sind, natürlich gab es dort auch Pandas zu sehen, die sind tatsächlich herzallerliebst, seitdem guckt er sich jetzt regelmäßig neben seiner Dosis Maru auch Panda-Videos bei YouTube an, mhm, ja, ja, sie sind halt bärig, aber sind mir, sind mir zu, zu, zu groß, um noch knuffig zu sein, einfach Riesenviecher, aber gut, wie ich jung war, lief ja Tao Tao im Fernsehen, das läuft vielleicht, läuft das heutzutage eigentlich vielleicht irgendwo, also in der Fernsehserie mit, Zeichentrickserie mit einem Panda eben, der gute kleine Tao Tao, so, zusammen mit Purzel, das Eichhorn und dieses Holgersson und Captain Future waren, das sind so ungefähr die Standardsachen, so viel Auswahl gab es ja damals noch nicht an Zeichentrick, wie ich jung war, mhm, was das Sammeln von Figuren angeht, da geht es ihm ähnlich wie mir, zum einen, wo fängt man an, beziehungsweise worauf konzentriert man sich, und zum anderen ist das Sammeln und Präsentieren, weil man will ja zeigen, was man hat, eine Platzfrage, welche er jetzt schon kaum hat und dank seinen anderen Sammelleidenschaften, ja, das wie gesagt kenne ich auch, ich meine, meinen Schrank, wenn ich die Spiele rausschmeiße, würden schon ein paar Figuren reinpassen, aber ich möchte ja meine Spiele weiter haben und eben Zeug zum Sammeln und irgendwo reinlegen, ist unterschiedlich, ich meine natürlich, ich sage mal, irgendwelche Medien oder Zeitschriften, die kann man auch Platz sparen, ins Regal stellen oder wegräumen, das ist ja nicht zum Zeigen, aber Figuren haben ja eigentlich nur einen Nutzen, anschauen, was bringt mir was, wenn ich was zum Anschauen in den Keller wegsperre, also, ja, da gerade in Japan winken einem natürlich zig tolle Figuren an, seien es die Nucket-Eye-Fraktion, immer gut, die Jump-Helden, langweilig, Square Enix, Capcom und andere Gamefiguren oder US-Comic-Helden, Kino-Ikonen und so weiter, Terminator und Co., ja, da sind schon viele erstklassige Figuren dabei, die einen zulufen, kauf mich und billig sind die natürlich auch in der Heimat nicht, wenn auch wohl billiger als hierzulande, das mit Sicherheit, wobei, wenn man bei PlayAsia, das ist ja die naheliegende Anlaufstelle, um sich so Sachen anzuschauen, zumindest PlayAsia, da kommen die Preise schon auch immer, ja, PlayAsia nimmt es ja auch gerne, die wissen ja auch, die Kundschaft, die sie haben, die wissen nicht, wo sie es sonst kaufen sollen, also kann man auch ein bisschen mehr verlangen, klar, es ist ja, liegt ja auf der Hand, muss man ja nicht abstreiten, ähm, ja, äh, aber wie gesagt, er wüsste gar nicht, wo sie anfangen sollten, nur auf Bußen oder Max zu konzentrieren, wäre ihm zu eng begrenzt, na, ich glaube, ich könnte schon damit leben, dass ich nur, äh, Mädels, cool auszusehende Mädels hätte, gäbe schlimmeres, glaube ich, ähm, zumal man ja selbst in diesem Feld mehr Auswahl hat, als einem Liebwiss, ja, das ist wohl wahr, also bei Max wird es wahrscheinlich sogar noch übersch, ja, stimmt wahrscheinlich, überschaubarer sein, als bei den Bußen-Mädels, aber so genau weiß ich es dann auch nicht, ich habe immer, habe immer Interesse auf der Gamescom mal, ich würde gerne mal immer genauer stöbern, aber zum einen komme ich mir dann immer ein bisschen chemig vor, alter Mann, der nackerte, ne, wobei stimmt ja gar nicht, bei der Gamescom gibt es keine nackten Figuren, gelogen, aber sexy Figuren gibt es, äh, zum anderen ist es halt auch, äh, Zeitfrage, ich bin ja ja schließlich nicht zum Spaß, sondern zum Arbeiten, und selbst wenn ich Zeit hätte, ab, ab Einlass quasi, wird es auch selbst in der Merchandise-Halle immer so eng, dass man dann eigentlich nicht in Ruhe und bequem was anschauen kann, weil es dann einfach voll ist, ne, ähm, naja, also ab und zu, wenn er wirklich mal ein Schnäppchen sieht und die Figur nicht allzu groß ist, oder, beziehungsweise zu einem seiner Lieblingsanimes Spielen gehört, nimmt er auch mal eine mit, sammeln würde er aber nicht anfangen, so sehe ich es ja auch eben, so, so eine Peach Rabbit habe ich halt mitgenommen, weil sich die Gelegenheit ergeben hat und weil es halt super cool ist, aber eben richtig kaufen, hm, naja. Absolut vor Fragen, Absolut kriege ich jede Woche ein Schauspiel gelernt, wo ich spontan, er weiß also, wie er euch das mag, Zwinker, äh, den meiner Meinung nach besten Film nennen muss, anfangen wir an mit Arnold Schwarzenegger, also ich habe ja zugegeben, die habe ich vorher schon gesehen, aber ich habe da nicht drüber nachgedacht, das ist fast nicht geschummelt, der Arnold, ähm, hat ja viele Filme, aber wahrscheinlich, ähm, ganz doof, wahrscheinlich der erste Terminator irgendwie, weil er da halt am coolsten war, es gibt sicher bessere, und anschaubare Filme, aber der, da war er halt einfach richtig cool und hat natürlich seine, seine, damals definitiv noch nicht vorhandene Dialogstärke, Hust gut, äh, kaschieren können, äh, was mir sonst noch vielleicht einfühlt wäre, der Geschenk ist noch dazu, noch, Geschenk ist noch zu teuer, ist ja die Komödie, wo er sich mit seinem anderen Komiker, äh, um den letzten Superheld-Spielzeugfigur für seinen Sohnemann vor Weihnachten streiten muss, den fand ich, immer recht witzig, wobei ich heute auch gar nicht genau sagen könnte, warum eigentlich, aber, ja, das ist, jub, und in der heutigen Zeit, überlege ich gerade, gäbe es einen modernen Arnold, wo ich jetzt wirklich was Sinnvolles sagen könnte, nö, also ich habe auch, die meisten nicht gesehen, ist gelogen, ich habe schon viele Schwarzenegger-Filme gesehen, aber sicher einen signifikanten Anteil auch nicht, ich habe irgendwie mal, ich habe mal, irgendwann hatte ich die Idee, mir von Arnold und von Sly, die, äh, die alten Werke mal nach und nach zu kaufen und anzuschauen, ich weiß auch, dass ich immerhin die Cobra gesehen habe, der war halt leider auch nicht besonders gut, und in meinem Regal, habe ich die Tage mal, ist mir ins Auge schon, Phantom-Commandor steht, das muss ich auch mal anschauen endlich, aber weiter, weiter fortgeschritten bin ich dann mit dieser Planung eben noch nicht. So, die unsitte Spielverpackung, nur noch mit einem Download-Code zu bestücken, gibt es ja schon länger, Wolfenstein-Jangblatt für Switch greift das mal wieder auf, scheint tatsächlich wirklich so zu sein, ja, wie dramatisch sehe ich das, entweder sofort nur im digitalen Store, oder wenn, dann mit Disk-Modul, oder zumindest besser als nur digital, damit man zumindest was hat, was man ihm egal stellen kann. Nun, das kann ich ganz einfach sagen, ich finde das völlig für den Arsch, also wenn, wenn das Ding nicht drinsteckt, auf, also Minimum teilweise, teilweise ist es auch schon scheiße, aber es gibt es ja bei Switch auch wieder, jetzt Final Fantasy X und X-2 die Tage, da kriegt man ja auf der Switch dann in Europa zumindest, oder im Westen wieder, nur das erste und das zweite als Code, das finde ich auch doof, oder bei Bayonetta 2 ist ja ein super prominentes Beispiel, fand ich saudumm, aber in Japan war es ja drauf, aber da war es ja nicht mehrsprachig, soweit ich es weiß, demnach, nein danke, da muss man halt, wohl oder übel, nein, also wenn eine Packung nur ein Codebein haltet, dann, da brauche ich es nicht, dann halte ich es für sinnlos, das ist totaler Schmarrn, das ist ja eine Leerhülle, nur damit, was im Regal steht eben, wie du sagst, das ist für mich, gibt mir gar nichts, weil, das ist eine leere Hülle im Regal, für einen Arsch, da habe ich keinen Sammelwert und nichts, weil ich eine Plastikpackung mit einer Papiereinlage im Regal habe, nee, einziges Argument, kaufen, wenn es billiger ist, als wenn es digital direkt, aber normalerweise, dann soll man es gleich nur digital verkaufen, das finde ich Quatsch, ich weiß auch, dass Nintendo hatte auch selber ja mal, so in der Endphase vom 3DS ab, und das auch hier und da angeboten, da war dann eine 3DS-Packung mit dem Code drin, was soll denn der Schmarrn, das ist wirklich totaler Unsinn, ich meine, da können wir jetzt sagen, Leute, die keine Downloads kaufen können, ja, oder die halt kein Geld, irgendwie nicht mit Kreditkarte, oder kein Zahlungsmittel haben, um sich Guthaben aufzuladen, das ist auch Schmarrn, die können immer nur eine Guthabenkarte kaufen, aufladen und dann runterladen, also, ja, ich sehe es halt echt überhaupt keinen, äh, keinen Grund, ähm, Days Gone ist Zodis nächstes großes Exklusivpferd im Stall, wie sehr spricht das Spiel an, das kann ich dir nicht sagen, weil ich es nicht gespielt habe, äh, ich könnte vielleicht ein bisschen mehr sagen, aber dann, ich weiß nicht, wie die, äh, Richtlinien sind, wann mal was wie sagen darf, demnach sage ich gar nichts zu, ich kann dir nur sagen, ich habe es tatsächlich selber noch gar nicht gespielt, und auch sehr wenig verfolgt, äh, es hat mich thematisch, äh, finde ich es nicht super spannend, also es, es, es ist nicht abstoßend, dieses quasi Zombie-Gedönsens, das ist halt, aber es ist halt auch nichts, wie soll ich sagen, originelles Einzigartiges, wegen dem alleine man dieses Spiel, äh, mich, äh, anzieht, so, was weiß ich, ein Alleinstellungsmerkmal, oder irgendein Kniff, besonderer cooler Kniff, nix, das wirkt irgendwie sehr, sehr, äh, also für mich jetzt, wie gesagt, äh, ohne es gespielt zu haben, sehr, sehr, formularisch, gibt es das Wort auf Deutsch, also keine, eben, ja, aber, lassen wir uns überraschen, in zwei Wochen wissen wir es ja besser, alle schätze ich, vielleicht, oder auch nicht, also ich habe schon vor, es mir mal anzuschauen, aber in welcher Form und wie, das muss ich mal abwarten, jo, aber ich sage mal so, wenigstens haben sie überhaupt mal wieder was, wann kommt das nächste Xbox-exklusive, coole Spiel, hm, grübel, grübel, keinem fällt eins ein, das ist echt traurig, sowas, oder, aber, naja, da ich ja auch Amazon Prime-Kunde bin, höre ich eigentlich auch mal bei Amazon Music rein, in letzter Zeit gibt es tatsächlich vermehrt K-Pop zu hören, ähm, ich überlege gerade, es gibt ja verschiedene Amazon Music, das, äh, es gibt ja Music Unlimited, das ist ja wieder noch was anderes, das kostet ja extra, eigentlich eher nicht, nee, weil, ähm, ich weiß auch gar nicht mal genau wieso, weil ich, aber, eigentlich ein guter Punkt, warum eigentlich, weil ich habe Spotify, habe ich ja auch, da bin ich momentan auch zahlen, also jetzt sind die drei Monate abgelaufen und ich habe nicht gekündigt, bevor der erste reguläre Monat ist, weil ich, äh, ich habe überlegt, mir geht, momentan benutze ich es auch echt wenig, also, am Anfang habe ich sehr viel laufen gehabt, momentan sehr wenig, aber, wenn doch, dann ärgert mich die Werbung immer so und ich, die zehn Euro im Monat, die kann ich mir leisten, dass ich es eben zur Not vor Pulver und nicht wahnsinnig viel nutze, aber es ist natürlich doppelt gemoppelt mit Amazon Music, also auf, ähm, Spotify gibt es auch sehr, sehr viel K-Pop, wahrscheinlich das Allermeiste sogar, bei Amazon muss ich mal gucken, nee, also, ja, ja, also es ist auch so, dass ich eher selten zum normalen Musikhören komme, wenn ich das Nächste schlafen gehe, dann schnappe ich mir immer ein, ähm, ein Internetradio mit entspannender Musik, äh, Soma FM, äh, Dingens, Drone Zone, wer es genau wissen möchte, kostet nichts, hat auch keine Werbung, nur manchmal ein Station ID, äh, ist mir ein bisschen zu ruhig, mal ab und zu, aber das Letzte, was ich hatte, war Digitally, äh, Digitally Imported Space Stream, so wie es hieß, aber da, da ist dann die, ohne Zahlmöglichkeit weggefallen und da wiederum habe ich mal, eigentlich ist es, stimmt, da könnt ihr eigentlich eher zahlen, weil das höre ich, unterschiedlich mehr als Spotify und es kostet weniger als 10 Euro im Monat, da bezahle ich dann zwar 200 Kanäle, von denen ich genau 199 nicht höre, aber egal, jedenfalls, so war es, also im Bett habe ich keinen gezielten Anhörplan und, äh, wobei ich auch, ich glaube Amazon ist, Amazon Music hat zwar relativ vieles, aber relativ unflexibel auch, aber ich muss mal gucken, nee, aber ja, man stellt schon fest, nein, ich bin nicht so ganz, äh, wie soll ich sagen, Musikstreaming-dienstmäßig sehr fit, äh, liegt auch mit ein bisschen an Amazon Music, das ja sinnigerweise auf Konsolen nicht läuft, das kann man sagen, wieso hörst du auf Konsole, äh, Amazon Music, aber zum Beispiel könnten wir das Werbenspielen hören, so wie Spotify ja eingebunden ist, auf sowohl Xbox als auch auf PS4, äh, und zum anderen, da ist Amazon Prime installiert, warum es nicht in dieser, also Amazon Video gibt es ja, warum nicht Music da mit als Rubrik einbaut, ich weiß es nicht, egal, so, ach ja, der letzte Mal erwähnte Anime Gurren Lagann, sollte ich mir tatsächlich mal angucken, absolut sehenswert, ja, wie gesagt, ich nehme es mir wieder vor und vergiss es gleich wieder wahrscheinlich, wie so oft, und von Cowboy Bebop soll eine Real-Live-Serie kommen, er weiß nicht, ob er es ihm sehr vorgrausen soll, oder ob er es gut finden soll, ich weiß es auch nicht, ich habe nur die Tage tatsächlich das auch mitbekommen, dass da schon wieder große Aufschreibe war, weil sie, haben sie Leute gecastet, ich glaube, Faye Valentine hat eine westliche Darstellerin bekommen, die nicht, und dass das jetzt wieder Whitewashing ist, weil der Faye Valentine ist eine Chinesin, beim besten Willen erkenne ich beim Anblick des Animes jetzt nicht, wo die irgendwie klassisch chinesisch ausschaut, die schaut halt aus wie eine Anime-Figur und könnte alles sein, oder auch nichts, also, ja, wäre übrigens hier gerade, weil ich jetzt hier im Hintergrund wieder, es läuft gerade eine Telekom-Werbung für Magenta zu Hause, da kommt immer eine halbe Sekunde lang irgendein Rennspiel, wo ein hellblau-rosa gestreiftes Auto mehr oder weniger durch eine Landschaft fährt, und ich frage mich immer, was für ein Spiel ist es, aber es geht eben nur eine Sekunde, wer mir da weiterhelfen kann, das würde mich interessieren, weil es sieht eigentlich ziemlich cool aus, diese knappe Sekunde immer, aber ich frage mich auch, was die da für einen Sinn hat, wahrscheinlich habe ich das Spiel sogar, aber ich weiß halt einfach gar nicht, welches es ist, naja, jedenfalls, Anime-Figur ist sehr chinesisch, ist sehr japanisch, ist sehr westlich, die Schau ist, ja, nee, wo soll ich es erkennen, aber, also keine Ahnung, ich finde auch, also nicht zwingend, ich meine, Whitewashing ist so eine Sache für sich, aber, für einen westlichen Menschen ein Luxus zu leben, natürlich, für einen Single, für einen Old White Man, sozusagen, aber, ja, mein Gott, also, wobei ich zugeben muss, bei, äh, bei, 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 Daredevil, beim Film, beim Kino-Film, fand ich auch komisch, dass man aus dem Kingpin einen Schwarzen gemacht hat, natürlich ist Michael Clark Duncan, war von der Statur her passend, aber, es ist halt, äh, ein Weißer, also bei Superhelden, die, also so ikonischen Charakteren, wo es wirklich ganz krasse Abweichung ist, eben, äh, da, da tue ich mich, da bin ich schon auch der Meinung, die sollten sich eher ein bisschen näher dran halten, aber jetzt bei einer Anime-Figur, ich meine, Faye Valentine ist ja ein sehr chinesischer Name, also sie hat, schwierig, naja, egal, wie auch immer, ich habe mich verzettelt, lassen wir es, ähm, ja, bis nächste Woche, Maita Tokyo, ja, danke, ich, ich auch mehr oder weniger, wir sind jetzt nicht durch, deswegen schnell das Übliche, äh, zum Thema, damit es auch nächste Woche weitergeht, wie gesagt, brauche ich Material, Fragen, Stichworte, irgendwas, entweder als E-Mail, bla, mit h, at catchwear.de, oder bei YouTube in die Kommentare, dann gibt es nach wie vor den sehr feinen Headlock Review Podcast zu NXT Takeover New York, und sonst, äh, gibt es ein paar Videos auf meinem fantastischen Kanal, wie wir alle wissen, da seid ihr ja auch gerade, sonst könntet ihr das hier nicht hören, denke ich, und, äh, ja, ich wünsche mir ein gutes Wochenende, euch gönne ich auch ein gutes Wochenende, und dann bis zum nächsten Mal wohl, bis dann, tschüss. – Musik – Untertitelung. BR 2018